hallo liebe leute viele grüße aus dem palm beach in stein bei namenberg ich wollte heute euch was von meinem training erzählen ich habe heute brust trainiert und ich mache zum beispiel brust nicht vier sätze zehn wiederholungen oder 14 anfangen dann zehn wiederholungen sondern ich trainiere einfach mal mache einfach mal sieben sätze und zwischendurch schiebe ich dann einen reduzierungssatz ein oder nehmen ganz schweren gewichter mache ein satz und danach der nächste satz nach anderthalb minuten nämlich die hälfte der gewichter machen mal 25 stück also ich variere das immer ich bleibe da manchmal auch so eine dreimal stunde an ein gerät wie an der flachbank beim bank drücken flachbank mit der langkantel und dann trainiere ich einfach mal so eine dreiviertel stunde durch schaut dann einfach mal auf die uhr na gut dann mache ich noch eine übung das reicht dann aber auch dann habe ich eine stunde oder eine viertel stunde voll trainiert aber die sätze sind nicht so wichtig ihr könnt ruhig ein bisschen mehr sitze machen und das gewicht ist eigentlich auch nicht wichtig macht die übung genau ganz genau ihr erreicht viel mehr ihr trefft den muskel viel besser wenn ihr die übung ganz genau macht mit bisschen weniger gewicht weil das gewicht kommt irgendwann mit der zeit okay das war es erstmal